Jedes Jahr wird hier im Wolfhahn der Michaelis Markt gefeiert. Von 12 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und auf dem Marktplatz findet ein großer Flohmarkt statt. Hier habe ich ein paar Eindrücke für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ja, das ist fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ja, 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 das ist fantastisch.